Ich brauche nicht mal meine Ulti, um die Lux zu ziehen. Das ist ja so traurig, wie stark der Tipp ist. Komm, wir pushen voll zu Ende, oder? Und der war doof? Dann hab ich noch ein Schwert kauft und dann komm ich flischig. Uh, aua! Ich glaube, das können wir zu zweit. Fuck, 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 fuck! Egal, ich steh auf. Ja, ja, ja. Scheiße. Boah, ich muss raus. Ich bin unterwegs für euch. Hast du noch... Alter, es kommt dann die Ulti... Oh Gott, die Lux! Die Lux! Teamwork OP einfach nur. Bukon und Yasuo. Das Grabgräber-Team. Psch! Da breeding und Cheers, Toja!